Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Tufa Coasters aus Kroatien. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir sind heute in Kroatien unterwegs. Ja, das ist natürlich Spaß. Ja, heute ist die Eröffnung vom kroatischen Themenbereich hier im Europapark. Und nicht nur das, sondern mit Europa ist, ja, was würde ich sagen, vom Europapark auf Efall definitiv eine Highlight-Achterbahn, wo viele, viele Leute drauf gewartet haben, auf Voltron. Deswegen sind wir hier. Heute ist Freitag, Europapark hat unser bestes Wetter bestellt. Wie habt ihr es gerade gesehen, ich habe schon die Sonnenbrille weggenommen gekriegt. Da hat ihre natürlich schlauerweise eben im Spind eingesteckt. Ich meine, sie ist da im Brocksack, weil heute Morgen halt auch nicht so das schönste Wetter war. Aber jetzt haben wir auch wirklich wunderbares, sonniges Wetter hier in Kroatien. Und ja, von vorne weg, wissen wir heute auch schon die Fahnen. Aber wenn ihr mehr sehen wollt und hören wollt, wie wir die Bahn fanden, müsst ihr jetzt dranbleiben. Weil wir holen uns also ein bisschen weiter aus. Es ging gestern los. Also wir sind gestern am Donnerstag schon angereist. Und wir hatten eigentlich vor, Voltron gestern schon zu fahren. Also zumindest hatte der Europapark die Jahresgartenbesitzer quasi eingeladen zu einem Voltron-Warm-Up. Das, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ihr hört übrigens die Leute schreien. Also schon von vorne weg, die sind durch am Schreien. Und wenn Voltron in die Schlussbremse fährt, ich habe sowas noch nie gehört, jeder Zug wird laut applaudiert um den Klatsch. Aber wie gesagt, dazu halt später mehr hier. Gestern war natürlich, ihr habt es mittig bekommen, ist natürlich alles ziemlich schiefgelaufen hier im Europapark für Voltron. Das ist ausgefallen, das Event, weil ein... Schrotti ist stecken geblieben. Ein Schrotti-Zug. Ein Zug ist stehen geblieben. In der Kurve, mittendrin, in der Fahrt. Und da ging nichts mehr vor und zurück. Sie mussten dann irgendwie mit Kran und Hass nicht gesehen, relativ abends dann noch hier den Zug teilweise zerlegen. Also man hatte das auch noch gesehen. Manche waren hier vor Ort schon. Und haben die Reihen einzeln zerlegt, noch auf der Schiene und haben das dann halt abtransportiert. Und ja, somit war es dann ein Ende mit dem Voltron-Fahren, dem Voltron-Warm-Up. Wir haben es leider nur auf dem Auto mal mitgekriegt. Es ging um 15 Uhr los. Da konnte man es Timeslots buchen. Wir hatten allerdings erst spät um 20.15 Uhr, weil wir haben beide noch arbeiten müssen. Das heißt, wir waren auf der Autobahn so um 16 Uhr. Und ja, so... Das muss schon so kurz vorher passiert sein. Vor den Test... Also bei den Testfahrten, ne? Also war noch ein leerer Zug auf jeden Fall. Um 15 Uhr sollte dann hier starten, das Event. Ist dann aber da nicht passiert. Da waren wir gerade auf der Autobahn. Da gab es eine Mail. Da gab es dann eine Mail an alle, die das Geburt haben, das Event über die Jahreskarten, dass das leider ausfallen wird. Gut. Die Leute, die natürlich im Park waren, hatten dann den Vorteil, was wirklich ein super Ding vom Europapark war. Die konnten dann auf einmal so kurzfristig mal eben... Alp-Express fahren. Alp-Express fahren. Ja. Und die Tiroler Wildwasserbahn. Ja, die wurde später auch noch aufgemacht. Und also die österreichische Themenbereich mit den Attraktionen, die erst am 14. Mai eröffnet, ja, die durften die gestern schon fahren. Das haben wir natürlich verpasst. Ja. Wir haben natürlich alles verpasst. Wir waren auf der Autobahn. Wir hatten auch noch einen Stau. Also, ein 20.15 Uhr Ticket wäre für uns, für Voltron wahrscheinlich auch sehr, sehr knapp geworden. Das wäre sportlich gewesen. Dann haben wir gesagt, okay, lassen wir es. Wir sind dann noch gestern in die Pizzerie am Colosseo gegangen, haben dann noch einen jüdischen Abend gemacht. Weil wir wussten, wir fahren ja heute sowieso eventuell Voltron. Weil wir hatten gestern echt noch ein Hammel, ob die heute überhaupt fahren wird. Also, nach so einem Event, wenn man auch nicht weiß, wo der Fehler ist. Ja, aber hätten wir auch den Spaziergang nicht gemacht abends? Ja, wir waren nämlich um 23 Uhr ungefähr. Oder im Felderheim fahren wir nach Voltron gegangen und wollten uns das Spektakel nach dem Essen gehen nochmal anschauen. Und da waren auch natürlich ein paar Leute versammelt und da kamen auch noch ein Mitarbeiter dazu. Der hat das ein bisschen freundlich uns erklärt und gesagt, nein, keine Panik. Wir wissen, es war eine Kleinigkeit und Voltron wird morgen ganz normal eröffnet. Ja, demnach sind wir also heute Morgen hier hin. Und ja. Und Schrott hatte ja erstmal keine Lust. Richtig, wir standen an. War natürlich krabbelvoll, also gefühlt ganz Europa-Park war natürlich dann irgendwie im kroatischen Themenbereich. Also wir standen allerdings schon, wenn ihr die Brücke kennt, neben der Tiroler, der Bad Tiroler, hier der Matterol Blitz. Da standen wir schon, da war schon die Riesenschlange, also weiß ich nicht. Und dann kam halt der liebe Herr Metzger und hat gesagt, nein, wir eröffnen später. Wir hatten noch ein paar technische Probleme und dann haben wir uns schon gedacht, oh no. Ja. Aber es hat dann doch tatsächlich funktioniert, wie sie Voltron gefahren. Mit einer geringen Wartezeit von schlappen 180 Minuten. Drei Stunden. Ja. Drei. Richtig. Drei. Und wir konnten auch durften. Das war mein kleines Malheur. Ich musste ja mal auf Toilette. Ich musste pinkeln. Aber so hat von Scholli. Und wir haben noch ein paar kennengelernt. Da war einer dabei, der musste auch pinkeln. Wir sind da zusammen, wo wir dann kurz vorm, ich sag mal, Stationseingang waren. Weil wir mussten wirklich lange, lange laufen. Also wir waren sogar auf dem Traumatiker-Gelände. Ich blende da gleich auch mal ein paar Bilder ein, wo wir überall rumgelaufen sind für Voltron. Und dann waren wir kurz davor. Dann haben wir gesehen, okay, hier ist ja nur so ein Bändelchen. Da können wir doch mal kurz drüber hüpfen. Nach zwei Stunden. Und mal kurz auf Toilette gehen. Ja. Wir kommen ja gleich wieder. Wir waren ja mit der Gruppe zusammen. Sollte ja funktionieren. Ein Satz mit X. Ein Satz mit X. Die Dame hat gesagt, nein, darf ich nicht. Also wenn ihr jetzt hier rausgeht und zur Toilette, müsst ihr euch neu anstellen. War ich jetzt nicht so amused. Und ich habe auch ganz viele Leute gesehen, die das gleiche vorhatten. Die waren auch wenig amused. Und das ist ein Ding, wo ich direkt schon mal von vornherein sage, das ist scheiße. Das könnt ihr nicht machen. Also wenn ich so ein Event habe und ich weiß, dass ich definitiv so, so lange stehen muss. Nicht 90 plus oder so 90 Minuten, das ist ja noch okay. Aber nicht, wenn ich schon weiß, dass ich vielleicht wirklich drei, vier Stunden stehen muss, muss man auch irgendwie mal auf Toilette gehen. Weil das ist halt menschlich. Ja, ich habe dann einen Knoten da unten rein gemacht und wir haben uns dann weiter angestellt. Und am nächsten Mal gibt es eine Bindel. Richtig, ja. Genug gequatscht, ihr seht jetzt erstmal unseren wunderschönen langen Weg. Ich lenne euch jetzt mal ein paar Inspirationen ein und dann geht es halt wirklich direkt auf die Bahn. Ihr seht dann danach das On-Ride. Und erstmal viel Spaß mit der Impression hier von der Q-Line, weil dieser zweiten Bereich und auch die Q-Line ist so nett gestaltet. Das müsst ihr echt mal sehen. Und nach der Fahrt sehen wir uns dann wieder, wenn wir gemeinsam durch den Shop gehen. Weil bei jeder vernünftigen Achterbahn oder Attraktionen geht es natürlich vom Ausgang von der Achterbahn in den Shop. Weil man muss ja auch Geld ausgeben. Also jetzt erstmal viel Spaß hier mit dem Video, mit den Impressionen aus der Q-Line. Und wir sehen uns gleich im Shop wieder. Also viel Spaß jetzt erstmal. Ja, aber wenn du das aufpassen willst, ist das Aua jetzt Aua. Ja, aber ich mache es gleich mal. Ja, aber ich mache eshando was. Das war's für heute. Jubel und Applaus Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Ich kann ihn nicht mehr. Ha ha! Woooo! Oh ho ho! Oh, ich bin so glücklich! Ha ha ha! Ich bin so glücklich! Oh ho ho ho! Oh yes! Geil! Was ein geiles Gerät! Shopping! Die haben richtig schöne T-Shirts und Pullis. 30 Euro. T-Shirts kosten 30 Euro. Die haben hier so einen coolen Hoodie. Ich meine die Farbe finde ich auch super mega. Der kostet 75 Euro. Wollbraun. Finde ich ganz gut, wenn der vorne manchmal so schlicht jetzt mit dem Umzeichen. 75 Euro ist natürlich auch schon ein stolzer Preis. Ihr seht auch, dass meine Frau ist. Er ist irgendwie Käppig. Er so was trägt. Normale T-Shirts gibt es natürlich auch hier. Aber wie gesagt. Die T-Shirts und die Farbe und die Hoodies gefallen mir richtig gut. Und die haben hier richtig viele Sachen. Also nicht jetzt nur, ich sag mal, die man so kennt von T-Shirts und Pullis. Bücher gibt es auch. Aber es gibt hier ganz viel Vereinigung und wirklich cooles. So war es hier. Und ganz viel Lavendel und Risch hier von Leonardo. Ich sag mal, es ist am aquatischen Stil. Mega cool. Hast du was hier vorhin? Ja, es gibt das entweder nur noch in XS oder Zeltlager. 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 Wie findest du den Shop denn so überhaupt? Allein schon hier geschlafen. Der ist natürlich auch schon mega hübschlafen. Also wenn wir jetzt mal von den Wirtschaften hier wegziehen. Also das ist richtig cool. Vor allen Dingen auch riesen, riesen Propos vor allen Dingen der Shop. Also auch von der Fläche her. Da hinten ist wie gesagt, da kommt er raus, wo er noch von Voltron kommt. Und da ist natürlich hier die Ecke, wo ihr dann auch Eurofobis kaufen könnt. Haben wir auch vor allen schon gemacht. Und mega gut. Also auch gerade in das hier. Wie gesagt, sagt er hier von Neonardo ganz gut. Ob es jetzt Espresso-Taste ist und wo bleibt hier. Richtig cool. Richtig cool. Richtig cool. Richtig cool. Da hinten ist auch noch eine Ecke. Da gibt es auch ganz viele verschiedene. So, ähm. Aus Kroatien selber. Marmeladen-Honig. Maneriden-Honig haben die da sogar. Also wer Honig mag. Und Badesalz. Und ganz viele Sachen. Spezialitäten wirklich aus Kroatien. Mega cool. Hier gibt es übrigens noch ein anderes. Das ist vorne, ne? Oder ist das auch hinten? Das ist vorne. Vorne ist immer noch ein Zeichen. Das ist aber ein bisschen farbiger, ne? Das ist wirklich schön. Leider gut auch nicht. Was ich halt gerne hab, ist, wenn er wirklich, äh. Die Achterbahn oder die Schienen selber auf so einem T-Shirt drauf sind. Äh. Europapark macht das ja doch öfters mal. Das wirklich nur ein Logo ist. Oder anderen Tags machen wir so alle. Was kostet das T-Shirt? Auch 9. 20 Euro. Ja, 30 Euro die T-Shirts. Also, durch die Bank hier weg. Ja. Habt ihr schon ein paar Eindruck hier vom Shop? Ich blende euch jetzt auch ein paar Impressionen ein. Und dann sehen wir uns, äh. Draußen wieder. Weil es gibt ja natürlich auch Kulinarisches hier zu entdecken. Und, äh. Und, äh. Da sehen wir uns dann gleich. Weil, äh. Hüngerchen ist auch langsam da. Also. Bis gleich. Am Essensstand. D降 zero. Aber. D D D D D E D D Nein, da bräuchte eine, die hat noch was. Vielleicht ist sie noch was. Tschau! Warte, Schlange ist immer noch da. Die haben uns ja noch nicht was zu essen geholt. Schmeckt's? Was haben wir denn da leckeres? Schiwapsi-Thee im Fladenbrot mit Eiber und Schwiebeln. Kostenbunden übrigens nur 9,50 Euro. Sieht zwar klein aus, aber schmeckt mega, mega lecker. Also ich hab die auch sowas hier. Und da gibt's auch nur das, ne? Also bei Danos gibt's ja gar nicht in der Bude, ne? Also wenn, ist ja ja Schiwapsi-Thee wie mit Flammen. Aber wenigstens schön, dass es sowas auch was Spezielles aus dem Land gibt. Ne, von Kroatien. Es gibt auch kroatischen Wein. Ja, also Getränke gibt's auch. Ich hatte eben nach Bier geguckt, aber gibt's leider kein kroatisches Bier. Ja, also wenn, müsste auf Wein umsteigen, ne? Da gibt's halt hier, speziell aus Kroatien, auch leckere kalte Tränke. Aber wir gönnen uns jetzt hier erstmal unser leckeres Flammenbrot. Und dann gibt's noch einen Nachtisch, nur nicht Eis. Genau. Dann melde ich mich gleich später, wenn's dann da die wunderschöne, äh, ja, Eiswille geht. Also jetzt erstmal Appa Appa hier. Wunderschönen Fahrtchen. Hier schmeckt's, ne? Ja, man sieht's. So, frisch gestärkt sind wir. Ja. Ja, war sehr lecker. Hier steht übrigens ein schönes Auto. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so, äh, durchgehend bleibt. Das sind jetzt so die ersten Tage oder Wochen von der Öffnung. Äh, Voltron heißt ja hier, äh, Voltron Nivera, ne? Und was heißt? Sponsor natürlich, ne? Äh, Rimac ist der Hauptsponsor hiervon. Das ist ein Autohersteller aus Boazien. Äh, kannte ich vorher auch noch nicht. Obwohl ich einen riesen Autofan bin und selber im Autohaus arbeite. Hat mir die Marke nie was gesagt. Und, äh, ist aber auch nicht so für mein Portemonnaie. Also wenn ihr Bock habt, äh, euch das Auto mal angucken wollt. Hier steht so ein Rimac Nivera. Ja. Nivera? Nivera, ja. Und, äh, ja, man braucht aber auch das besondere Kleingeld. Weil dieses Elektroauto hat zwar Wahnsinnsdaten. Also ihr habt ihr ja auch so ein Datenblatt. Also die Autos sehen natürlich schon unfassbar scharf aus. Also da kann man dann natürlich nicht leugnen. Aber, wenn man mal hier so, ne? Hochschwindigkeiten, 512, Leistung, 1.900 PS, ne? Und dazu werte ihr von 0 auf 300. Das ist natürlich ein krasser Wert. Also 9,22 Sekunden. Und, äh, ja. Ist natürlich ein geiles Gerät. Also ihr seht sie auch noch mal. Das ist schon ein schickes Auto, ne? Ja, definitiv. Ja. Die Farbgebung weiß und schwarz kommt mir irgendwie bekannt vor. So. Nur mal so. Am Rande. Aber auch hier auf die Front, also das ist schon ein unfassbar geiles Teil. Hätte ich auch nix gegen, also da mal mit Sonntestespitze zu machen, ne? Oder? Ja. So durch Quarzchen düsen oder so, ne? Oh ja. Kostet übrigens 2,5 Millionen Euro. Knapper. Ja. Ja. Aber dafür gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele von. Aber, äh, wenn ihr das Geld habt und Bock habt, aber auch so einen netten kleinen Sportwagen, der, äh, rein elektrisch fährt und unfassbare Leistung hat. Wird sagen noch, äh, bessere Fahrleistung wie, äh, dieses Gerät hier. Mhm. Und wie sagt, 2,5 Millionen übrig habt, äh, dann ist das genau euer Auto. So. Die Sonne kommt schon wieder raus, äh, ist fantastisch sportliches Wetter hier. Ihr seht jetzt mal ein paar Impressionen, weil nicht der Themenbereich hier an sich, also geht ja nicht nur hier um die wunderschöne, äh, Highlight Achterbahn hier, die ja Europa Park mal eben hier hingezimmert hat. Und, äh, es geht natürlich auch um das ganze Ruhen dran. Das ganze Feeling, auch ohne Sonne, aber Sonne passt natürlich da super bei. Aber ihr seht jetzt mal ein paar Impressionen hier von diesem ganzen drumherum her. Weil dieser Themenbereich hier, Kroatien, also das Land selbst, ist auch unfassbar schön gestaltet worden. Ihr habt eine wunderschöne, allein die Musik im Hintergrund, da ist so ein Fliegen. Ich war zwar leider noch nie in Kroatien, also das ist ein Land, was mir noch fehlt. Und, äh, aber ich denke, äh, das ist wie ein Quarzin hier, ne? Ich hoffe es. Ja, du wirst es bald sehen. Du bist ja, äh, in ein paar Wochen ein Quarzin. Ja. Und, äh, ja. Aber, wer schon mal ein Quarzin war, kannst du gerne mal unter die Kommentare schreiben, wir unter das Video, äh, ob das wirklich so, äh, ich sag mal, detailverliebt ist, auf die Häuser, die Gestaltung. Also ich finde es hier richtig schön, auch die Musik und alles. Ihr seht jetzt noch ein paar Impressionen hier von dem Themenbereich. Und, äh, ja. Und, äh, ja, dann melden wir uns gleich nochmal, ne? Wie das Eis war. Hm? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Alter, da fliegt es doch nicht normal. Was ist ein Waffenschein für? Ja, das kann ich vollkommen verstehen. Ja, das kann ich vollkommen. Ich habe mich ein bisschen zappeln lassen quasi in dem Video. Jetzt sind wir gerade nochmal das zweite Mal hier fahren. Aber ich bin so, ey, ich kann da nichts mehr zu sagen. Weiß ich nicht, keine Ahnung, weil der Europa-Fakt sich hier hingezimmert hat. Das ist bei weitem, bei weitem Abstand, so weit steht hier nicht nochmal. Da kannst du Wodan und Silvester und Mufayre zusammenbinden als Paket. Und selbst die kommen da nicht zusammen. Die kommen da immer noch nicht heran an. Unfassbar Hammer dieses Gerät. Guck mal, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern und in den Anfang lasse ich auch jetzt erstmal weg. Da reden wir gar nicht drüber. Aber die Salon ist schon einfach der Senkrechte oder mehr wie Senkrechte. Da glaube ich 105 Grad. Und das ist so, also das ist so eine Kraft hat das Ding. Das ist unglaublich. Und auch das Gefühl, einfach da oben anzukommen, auf Kopf schon so halten. Und dann da oben. Und dann geht das in ein Element, in das nächste. Das ist gut, verfassbar. Die Bahn hat eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann, was aktuell an der Achterbahn drin sein kann. An Formen, Elementen. Auch verdutet euch das nicht. Wer nur hört, ja komm, das Ding ist, fährt nur 90 kmh und so weiter. Mehr braucht das jetzt halt nicht. Also was, ich sag mal, die Max immer vorher schon gesagt haben beim Bau. Dann hat sich hier überwahrheitet bei Voltron. Dieses Ding muss nicht schneller fahren. Das hat, gerade jetzt hier bei der zweiten Fahrt, ich weiß halt nicht, wir haben jetzt schon gleich, ja wir haben gleich schon 19 Uhr. Das Ding wird jetzt auch richtig warm gefahren sein. Und die Fahrt fährt jetzt noch weitaus. Du biebst aber auch in den Sitzen ab und in der Bremse hinten. Das war jetzt halt aus Kasser. Du bist so in meinem Sitzen nach vorne geflutscht. Ey, ich bin so geflascht von dieser Bahn gerade. Also das war nochmal viel krasser wie heute Morgen die Fahrt. Und ich muss ja erstmal drauf klarkommen. Also hier auf jeden Fall Deutschland definitiv die Bahn überhaupt, die jetzt hier steht. Und was anderes Besseres wollen wir gar nicht versuchen in Deutschland zu finden. Europaweit würde ich mich jetzt nicht so aus dem Fenster legen. Gibt es noch gute andere Bahnen. Aber die ist auf jeden Fall, wenn, wenn dann wirklich nur in den Top 3, also auf jeden Fall in meinem persönlichen Ranking, wenn sie nicht wirklich Nummer 1 in Europa ist. Und da gehört schon einiges dazu. Aber, weiß ich nicht, wenn ihr das seht, wenn am Ende der Bahn an der Turntable kommt, das ist wirklich ein Punkt, wo du jetzt mal sagst, und ich als absolute Achterbahnfreak, das ist geil, dass es den Turntable gibt, wo du mal zwei, drei Sekunden Blut schnappen kannst. Und der dreht sich schon verdammt schnell. Und der ist mal kurz rum und da geht das Ding und alle die sagen, Mark Reitz finden keine Launches. Hier ist der Beweis, Mark Reitz kann Launches. Das Ding gerade vom Turntable, wenn er zurückgeht, dann ist schon ein richtiger Schub nach hinten. Also wir saßen jetzt auch beides mal die letzte Reihe, wir hatten Glück gehabt. Und wenn das Ding da vom Turntable nach vorne ballert, ohne Sinn und Verstand. Dann rügelt sich das Ding da wieder die Schiene hoch und dann geht der Falter in den nächsten Elemente, über Kopf, hier, links, rechts, rechts, dritten, da ist das unfassbare Teil. Dann kommt kurz die Blockgrense, die merkst du schon gar nicht mehr, das Ding rast da so durch, dann geht es schon wieder über Kopf, unten an dem schönen, an dem Wasserbecken da vorbei. Das ist auch mega cool, da kriegst du mal mit. Dann mal kurz Zeit, eine Minute zu gucken, das ist Kunde. Aber, ja, also die Bahn müsste einfach fahren. Denn das ist noch nicht mal, dass man irgendwie Angst haben muss. Nein, nein, ist ja auch so, ja, schon ab acht Jahren und ein Meter dreißig, wer es auch nicht weiß. Wir hatten gerade einen kleinen Nebenuntersuch. Ja, also ich saß ganz außen, neben mir Sarah und danach saß der Kleine, den Kleinen habe ich gar nicht ersetzt gesehen. Also so ein kleiner Stöpsel war das. Und was hat er gesagt, dass er seine neue Lieblingsachter war. Ja, seine neue Lieblingsachter war. Das ist aber so süß, lasst ihr mal wirklich acht, neun Jahre alt gewesen sein. Mega cool. Ja, ich weiß nicht, ich könnte jetzt noch stundenlang über die Bahn quatschen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier auch mit dem Video heute und zum Öffnungstag wirklich so einiges rüberbringen. Aber ihr müsst da wirklich auch die Queue-Line. Also wenn ihr da in der Halle steht, wo Nikola Tesla dann steht, das ist, das geht durch und durch, durch den ganzen Körper. Das kriegst du hier nicht über YouTube, über das Video rüber. Das muss ihr wirklich live miterleben. Das ist so unfassbar. Was hier alles komplett durch thematisiert ist. Also da ist alles stimmig. Egal ob jetzt hier Quatschen selber, das Lamm ist hier im Themabereich oder halt dementsprechend auch mit MyVoltaner in der Station. Die Q-Line. Das ist so einfach unfassbar geil hier. Also Respekt Europa-Faktor hat aber mal die Schraube ganz, ganz weit oben angemacht. Also mit dem kompletten, nicht nur die Bahnen selbst an sich, sondern auch mit den ganzen Themen drumherum. Das ist so unfassbar cool geworden. Also, davor, das mal wieder ein bisschen runter zu kommen hier und Europa-Faktor hier zu Enabled oder um, genau, das wollte ich sagen. Hier, die wunderschöne Eisdiele. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Eisburger gegessen. Die waren super. Wir hatten zwei verschiedene genommen, wir haben uns die dann geteilt, weil die Burger sind halt halb durchgemacht. Das ist Bruchonbrot und da ist wirklich Eis drauf und dann halt noch ein bisschen mit Soße. Und wir hatten einmal mit Salted Caramel und der andere war mit Mango. Die haben wir uns dann geteilt. Für 5,80 Euro. Super lecker, super gute und große Portion. Vom Mango hat man noch mehr gehabt, weil in der Schüssel noch ganz viel Mango drin war, also als Obststückchen. Also, da hat man auf jeden Fall noch mehr von gehabt. Aber, jetzt kommen die negativen Punkte. Dieser Service, das ging überhaupt nicht. Also, der ist wirklich hier in der Eisdiele-Korazen wirklich ausbaufähig. Wir haben 25 Minuten gewartet oben. Da saßen wir. Die Kellner haben immer vorbeigelaufen, immer vorbeigelaufen. Am Boden geguckt. Am Boden geguckt. Ist wieder weg. Dann ist sie da runtergegangen, hat sie gesagt, wir sitzen jetzt schon über 20 Minuten oben. Er kommt gleich hoch, hat sich entschuldigt, aber es kam keiner. Bis ich dann irgendwann, nach 35 Minuten war es, dann habe ich dann der Kellnerin angeguckt, ob wir heute noch was hier bekommen oder ich wieder rausgehen sollen. Wollt ihr auch fahren? Weil, das wollte man nicht auch noch machen. Also, das geht gar nicht. Da wird nichts weggeräumt. Also, neben uns waren zwei Tische. Die waren auch schon lange weg. Da stand das ganze Geschirr noch rum. Also, da muss ich auf jeden Fall noch einiges mehr tun, jetzt für die richtige Sommersaison. Weil, dann fängt halt hier auch die Eis-Essaison an, wenn es noch richtig schön warm ist. Also, es gibt nichts schöneres. Aber, wie gesagt, positiv war wirklich das Eis. Die Burger waren super. Die haben auch Bowls. Die werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal verkaufen. Die sind ja nächste Woche schon wieder hier. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir machen nämlich jetzt hier dann auch ein bisschen Schluss, weil es für uns jetzt auch nach Hause geht. Wir müssen leider sechs Tage warten, bis wir vor mal dieses wunderbare Teil hier wieder fahren können. Sechs Tage vor. Und dann sind wir vier Tage am Stück hier. Also, wir haben noch ein paar Voltrum-Fahrten vor uns. Und, äh, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So ein bisschen die Impressionen. Äh, war ein bisschen, äh, ja, kürmelig, vor allem, weil morgen, weil ja einiges nicht lief. Und mit gestrigen Tag haben wir uns auch ein bisschen anders vorgestellt. Wir hätten gerne sogar noch eine Nachtfahrt gehabt. Das hätte gestern eigentlich gepasst. Gestern Abend mit der Jahreskaffe, äh, 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 mit der Fahrt ging alles nicht so. Und wir haben jetzt das Beste draus gemacht. Aber, äh, ich denke mal, ich oder wir haben euch, ich sag mal, den neuen Themenbereich, äh, Kroatien, ein bisschen näher gebracht. Was Essen angeht, Essen, Trinken. Und vor allen Dingen, ihr hört's, jede Bahn wird durchgehend geschrien. In der Blockbremse, äh, bis man sie am Ende, in der Schlussbremse wird jeder Wagen, der da rein rast, applaudiert. Und jeder, aber auch jeder, der da drin sitzt, das ist mega geil. Und, äh, ja, ich hoffe, ich hab euch, äh, ein bisschen, äh, Kroatien, die neue Achterbahn rübergebracht. Ich sag, äh, Dankeschön fürs Zuschauen und, äh, gerne abonnieren, wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, hier auf dem Kanal. Und ein Däumchen ist auch immer gern gesehen. Wir sagen Tschüss hier aus Kroatien. Tschüss. Bis demnächst hier auf YouTube. Also, macht's gut. Ciao.